Was ist SD-WAN? Dahinter steckt ein WAN, ein Wide Area Network. Und das muss immer mehr leisten. Cloud Services, SAAS, Big Data und das Internet der Dinge brauchen Performance. Ihr Firmennetzwerk muss hohe Kapazitäten vorhalten, damit Ihr Business reibungslos läuft. Das Schalten fester MPLS-Leitungen mit garantierten Bandbreiten ist aufwendig. Eine Erhöhung der Kapazität ist ziemlich teuer. Die Anbindung von Cloud Services wäre kostspielig. Die Lösung ist ein Software-Defined WAN, ein SD-WAN. Dabei wird die Verbindung um parallele Leitungen erweitert. Die Software verknüpft Ihr Netz mit DSL, Glasfaser, LTE oder 5G, statt nur mit MPLS. Ihr Netz wird noch ausfallsicherer. Beim SD-WAN steckt die Intelligenz in den smarten Endpunkten. Die erkennen, welche Applikationen die Daten losschickt. So können Sie bestimmte Applikationen priorisieren. Für IP-Telefonie, Videokonferenzen oder ERP-Systeme. Diese haben dann Vorfahrt. Die nicht so latenzkritischen Daten nehmen den Weg durch die anderen Leitungen. Auf Cloud Services können die Standorte direkt zugreifen. Im Dashboard wird die Performance der Leitungen ständig analysiert, gemessen und optimiert. Wie kann Ihnen Kaemi helfen, ein SD-WAN aufzubauen? Mit Managed Services. Konzeption, Implementierung, Migration Ihres WANs, Traffic Management, Security Monitoring und anbieterunabhängiges Multiprovider Management. Kaemi. IT war gestern. Wir treiben die smarte Transformation voran. Wir treiben die Handludenbartenu Vielen Dank.